geringer ist multi monstfrequenz okay weiß gar nicht ob ich die kronen habe na gut von espinass wahrscheinlich nicht ja kronen kronen werde ich noch sagen bitte zwei jahre ist bei viele sich glaube ich echt einfach so erledigen ja ein krabber haben wir auch schon bei den kronen ich hoffe vom tonen passt im spicerway wenn irgendwie irgendwas doppelt oder sowas einfach bescheid gehen ja ich glaube kronen wird ein ding sein für die nächsten 100 stunden kürby das stimmt wohl krass einfach nur noch zwei wochen auch paralysiert sehr schön was geht alles gut bei dir hey pikachu na gut hm 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 Es hat einen Augenblick auf dich! Oh mein... Boah, diese kack Irbelstürme, ey. Ich glaube, aber jetzt geht's. Aber den müssen wir eh töten. Genau, stimmt. Den müssen wir töten. Das andere ist hier gefangen. Ich mache es nicht. Nichts. Wander nicht hier irgendwo unten. Da, genau hier. Das ist auch hier die Höhle, die auch ganz gut geht. Ja. Ja, tatsächlich, hier wird einfach beschossen. Aber wir sind immer nur beschossen, wenn es am Boden liegt. Sehe ich das richtig? Gute Frage. Ne, gerade beschießen die nicht. Vielleicht nur, wenn es alt ist. Wenn es handlungsunfähig ist und einmalig. Ja. Ah, okay. Ah, der Tobi ist hier. Der Tobi. Der Tobi. Der Tobi. Ah, wieder paralysieren. Ich muss den Röpfe schärfen. Ich habe mich da einfach rausgezogen mit diesem Seilkirchen. Aber es hat gut funktioniert. Mhm. Uff. Was? Alter. Hatte einfach einen Bauchklatscher gemacht auf mich. Belastend ey. Wow. Okay. Das hat... Bisschen weh. Ja, ein bisschen. Hattest du volles Leben? Boah, ich glaube ich habe ein bisschen Schaden gehabt. Vielleicht ein fünften. Aber es ging glaube ich ja. Das fand ich nicht viel. Ja, da muss man aufpassen. Ja. Ja. Ich meine, ich hätte eine Gruppmeinung dahingehauen, aber das ging doch recht schnell gerade. Wieder gut gehts hier. So muss das sein, Pikachu. So muss das. Das ist doch schon was schönes. Oha. Komm ich hier rein? Ah, okay. Ah, ist egal. Der haut eh ab. Ne. Ja. Okay. Dann Wach verschärfen. Nein. Ich kann ja gar nicht hier. Ich dachte, da wären die Höhle da. Hm? Ne. Ich dachte, da wären die Höhle da. Vergessen es. Was habe ich vergessen? Genau das. Oh, ein Sankäfer. Oh, ein Sankäfer ist tot. Nice. Autsch. Ich glaube, ich würde, also wenn die Prozente gleich sind, würde ich den, glaube ich, hier nicht jagen. Ich weiß, es dauert dann länger vielleicht. Aber ich will auch irgendwie die Master Rank Punkte haben, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ach, komm. Boah, was für eine Range das hat, ey. Mhm. Ich habe mal eine Koppenheilung raus. Oh, danke. Oh, nice. Oh, ist schon tot. Sehr schön. Das Pinus wird wahrscheinlich wieder schlafen, ne? Ja, das stimmt. Stimmt. Looten. Ha. Das Pinus habe ich vergessen. Ich hätte vielleicht auch mal eine Waffe gesehen. Äh, Waffe wechseln. Eis. Eis war das erste. Mhm. Äh, Gislein. Äh, Gislein. Äh, Gislein. Äh, Gislein. Und Eis. Und Eis. Speichern. Boah, dieses Misch, also gerade Gemisch sieht irgendwie voll doof aus. Vielleicht mache ich einfach die letzte Stunde wieder ein bisschen lange Kuga fahren. Ich weiß nicht. Weiß aber auch nicht, was es an guten Kram gibt. Oh, ich glaube da lang ist... Ne, Jona. So, hier kommt man gar nicht so cool hin, muss ich doch da oben lang und dann... belassen. Ach doch, hier kann man durch. Ach, das ist die Gifthalle. Hab ich gerade gewundert. Ich überlege, ob ich gleich den Ventilator anmache. Ah, ist schon warm irgendwie. Naja. Ah, der ist hier. Der liegt wohl. Mhm. Oh. Oh. Ich bin betäubt. Überlassen. Ah, okay. Krass. Oh, ich bin drauf. Blöd. Damit reite ich jetzt zu drei, glaube ich. Da gibt's doch diese... Dinger, die da durchbohren. Ich glaube, die können ja auch viel öfters hier durchbohren und alles. Ich glaube, der geht eben bei einem nicht vor Ort besser wie der Niveau. Also von daher. Ich bin da. Das war ein Problem. Ja, in die Dinger ist ein Problem sehr gut. Die sind gut. Die sind gut. Pft, das ist gut. Das ist gut. Das war ein Feuerball. Ich muss mal kurz was essen. Ich brauche immer mal auf die auch gebraucht. Das ging schnell. Ja irgendwie schon. Fangen wir an! Was? Ja, mag jemand während ihr das fangt, oder wenn ihr mich mit dir der Atom? Mhm. Nice. Nein, schnell die Damen hochgeben! Schnell! Boah! Wir sind aber auch 29 Grad draußen, ey, krass. Soll 31 Grad? Ja. Boah! Okay, krass. Das Affi sieht so doof aus, wenn das gemischt ist, ey. Das sieht echt doof aus. Hahaha. 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 Ja. Ja. Ja.